Servus Leute, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Wir spielen hier mit so einem komischen Baggerwagen. Wie heißt der nochmal, Felix? Dünnen Buggy, aber nicht Bagger und ich hab's nicht geschafft. Hey, wie hast du's geschafft? Einfach ganz chillig da durchgefahren, Bro. Einfach durchgecrooved. Richtiger, richtiger Hippie. Oh lol, du musst hier das Stoppschild als Sprungspflanze nehmen. Ach scheiße. Sprungspflanze nehmen. Kommt gleich. Nice. Ob du schon so weit bist. Na, du musst es bis jetzt eigentlich nur fahren. Ey, hä? Na, ich hab's eigentlich nicht geschafft. Alter, das Auto beschleunigt so schnell. Ich hab mal gar nicht. LOL, Felix. Wenn du einfach in mich reinfährst, du Lappen. Leon, hilf mir, ich bug hier drin fest. Leon, bitte hilf mir. Ja was, ich bin eh nicht drauf gekommen. Was hast du? Ich bug hier drin fest, dann kann ich mich spawnen. Hallo. Hallo. Hä, das ist... Ich weiß, aber danke. Wenn du es jetzt festschweig machst. Nein, ich hab's fast geschafft. Nur fast. Endlich. Es scheint doch gar nicht so schwer zu sein da. Ist saubig klar. Ist saubig. Hä? Fuck you, Matt. Fuck you. Hast du's? Nein, hab ich nicht. Ey. Bei mir ist auch grad dumm. Wow. Hallo. Nein, 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 nein. Ah. Hä, wie, hä? Wie kommt man da hoch? Wo? Hey, wo muss ich da hin? Wo muss ich hoch da kommen? Du musst da wo... Du musst da wo der Looping ist oder was das ist? Ja, wo ist das? Hey, Alter. Warum bugge ich da mal fest? Ach so, hier. Hä? Ich bugge mich hier immer fest, Alter. Ja, wir haben hier auch einen Bagger. Als ob. Al... hä? Mann. Ey, so eine Scheiße. Schau. Schau, schau wieder. Ich bugge. Hier, schau mal. Ja, ich seh, ich seh. Aber ich kann ja auch nicht... Wie soll... Wie soll ein Reifen da durch passen? Ja, ich bin da easy durch. Ne, doch nicht. Fuck, ich bugge auch. Aber ich kann mich bewegen. Doch nicht. Ey, Leute. Hä? Ich bugge schon. Ey, Alter. Weißt du, was passiert ist? Ich bin ganz kurz bevor dieser Sprung und ich festgebugt, hab mega den Schwung verloren. Ja, endlich, Alter. Stopp. Nein, Leon. Gönn dir mich mal. Ja, 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 ja. Endlich, Alter. Das scheiß Bugge-Ding. 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 Bugge-Bugge-Gerufen. Der Leon hat gerufen. Ich hab richtig gerufen. Ey, Leute. Jetzt bin ich dann einfach so... Ey! Das... Einfach nur mit Anfragen durchfahren, oder? Ja, man muss diese Stopp-Schilder als Sprung-Schanze nehmen. Ja, scheiße. Ja. Ja. Bin durch. Ich auch. Nein! Was ist? Hab ich dich runtergeschaut? Nein, du hast mich nur aufgehalten. Deshalb bin ich nicht weiter. Hahaha. Geil. Hui. Wieder Spaß an der Map. Ey, also... Wie kommt man hier hoch? Wie kommt man hier hoch? Wo ist denn? Oh, nein, Mann. Danke. So ein Kackerdreck, weißt du? Da hat man's schon geschafft, gell? Hä? Ich versteh nicht, wie... So. Dann hier drauf. Oh. Als ob da jetzt so ne Spreise kommt. Oh. Ja, okay. Das wird schwer. Ja. So. Da kommt so... So ein... Parkour eigentlich für Laufen. Halt nur... Fürs Auto. Für Laufen, aber fürs Auto. Das ist was man... Ja, also wo man... Diese... Man muss auf dem Rawrad fahren. Hi. Hallo. Ey, hä? Wie geht denn das? Ja, endlich. Als ob. Wie lange hat das das... Dauert. Leon, gönn dir. Na, Mann. Ich hab's gesehen. Eigentlich, du brauchst fahren? Nö. Sicher? Ja, wie willst du denn da drauf kommen? Keine Ahnung, irgendwie geht das bestimmt. Ich glaub nicht, dass man... Weil da gibt's ja ex... Da gibt's ja auch so ne Platte. Und Leon, was kommt danach noch so? Als ob ich jetzt hier bugge. Gut. Ich weiß nicht, ich... Weiß nicht, was du noch kommst. So... Ah, nice checkpoint. Ey, Alter, das ist ja voll kacke hier. Das sag ich ja. Ich bin mit Speed durchgefahren. Ich bin mit Speed einfach so durchgegrüßt. Ich glaub, das ist sogar leichter. Als zu balancieren. Boah, ich war fast auf dem Warwick drauf, ne? Ich wär fast der Warwick gefahren. Ich hab's mit Speed gemacht und das war relativ einfach. Und ich behalte die... Ding auch... eh nicht. Die Datei. Jetzt glaub ich die behalte. Ich lad sie... Ja, ich lad sie hoch und dann... Fertig. Und dann lösche ich sie. Ja, aber ich lasse erst ein Video hochgeladen. Ja, ja, ich auch. Sonst... Denkst du scheiße. Bitteschön. Wie meine Huse. Als ob. Ja. Und bist du immer noch da? Kannst du noch zu mir zurück gucken? Nee. Ich bin gerade auf der ganz anderen Seite. Von der Map. Nein. Ey. Leute. Hier. Service vom Feinsten. Apfel Easter. Aber jetzt nicht in der Aufnahme. Ich komm da nicht rüber, Mann. Ja, fahr mit Speed durch. Kann ich nicht. Warum? Wenn ich dann immer runterfliege. Lol. Hier muss man Warwick fahren. Easy füllen. Äh. Wie meinst du denn mit Speed? Auf der roten Plattform einfach komplett durchspielen. Ich hab glaub ich erst mal meinen Reifen kaputt. Alter, ich fahr richtig langsam drüber. Lol. Oh, ich bin fast da. Da kommt ne Spirale, Felix. Okay. Was denn? Was passiert ist? Nö. Hä? Mein Reifen ist einfach kaputt gegangen. Ich weiß nicht warum. Oh, ich hab den Punkt. Scheiß Spirale, Alter. Das sieht gut an. Hast du dich gerade gefahren oder hast du ihn irgendwie anders bekommen? Was? Ich hab die Spirale hochgefallen. Aber die war auch nicht so schwer. Alter, du bist so weit vorne, ne? Warte, ich drück mal Y. Ja, ich bin zwei Minuten vor dir. Wie zwei Minuten? Oder ich drück mal Y. Welche Zeit steht bei mir? Minus zwei, droh, droh. Äh, droh, droh. Ja, dann müsst ihr zwei Minuten hinter mir. Also ich muss jetzt zwei Minuten warten. Wie hast du das gemacht, Leon? Ich bin einfach durchgespeaded. Ja, wow, das hilft mir jetzt viel. Ja, einfach, einfach nur B gedrückt und A und D. Nee. Nee, nee. Oh, scheiße. Was machst du jetzt? Nehm ich meine Tastatur her. Ach so, stimmt. Ich vergesse mal, dass du mit Controller gehst. Ich bin in der zweiten Runde. Kommt da noch viel, ja? Nö, ja doch. Okay, dann kann ich das ja schon mal vergessen. Es kommt noch ein Raw Ride und eine Spirale, wo relativ schwierig sind, sag ich jetzt mal. Ach, gerade Raw Ride kann ich beides ganz gut. Und dann, dann ist er kein Problem. Ich bin auf der roten Plattform. Ich bin wieder langsam gefahren. Gut, gut, der Junge. Boah, ich hab den Punkt. Halion guckt nicht durchspeeden hier. Also ich bin durchgespeedet. Ich bin durchgespeedet. Ich bin durchgespeedet. Es wird vielleicht wieder ein Wind für mich. Wind der Woche. Leute, ähm, ich glaube mal, ihr feiert GTA, weil das letzte GTA Video hat 2400 Aufrufe. Also denke ich mal, es gefällt euch. Und wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben schon mal. Für die geile Map hier. Und dem, ja? Wie kommt man auf die Spirale drauf? Spirale? Bist du schon bei der Spirale? Die Spirale war das Erste, was da war. Äh, ne. Oder wo bist du? Ich bin direkt nach dem Punkt, nach dieser roten Plattform. Ja, da musst du doch erst... Ah, da bist du... Bist du, äh, dann... Äh, um so ein Kreisel gefahren? Nö, bei mir ist da echt so ein komischer Parcours. Parcours? Hä? Ja, hier komm ich nicht weiter. Oder vielleicht so? Ich hab Parcours. Ja, keine Ahnung, weil ja Parcours und Parcours halt. Naja, okay, ich hab den Punkt hier oben. Gut. Nein. Es ist nicht wahr. Fuck it. Fuck you. Was ist? Fuckst du schon wieder? Kann... Kann... Kann der scheiß Mapersteller... ...keine... ...keine Maps erstellen? Ich bin jetzt da wieder bei dem Looping. Vielleicht ziehe ich ja, wenn du die Spirale fährst. Nein, hey, ich verstehe halt nicht, wie ich zu dem Scheißpunkt kommen soll. Sag mir mal genau, wo du bist. Also, ich fahr jetzt hier durch so ne rote Röhre durch. Und da ist überall nur Crap in da. Und da muss man dann so... Ah, ne, du... Willst bohr doch mal. Ich kann schon wieder nix wie zu vorne, Alter. Ja, okay, jetzt das, ja? So, und dann fährst du einfach so... Ähm... Grad hoch? Ja, in diese Röhre halt, ne? Ja. Ja, genau. Ne, rechts. Du fährst hoch und rechts. Aber hoch und rechts. Ja, wie hoch und rechts, hä? Hier so jetzt halt. Ich seh nicht genau, wo du bist. Warte, warte, warte. Ich weiß... Warte. Ja, genau. Jetzt hab ich den Punkt. Ja, genau. Und genau da war ich vorhin auch immer und bin aber immer festgebacken. Ah, da bist du. Okay, jetzt bin ich... Jetzt seh ich dich. Jetzt seh ich dich. Nein. Ey. Wie... Wie... Diese Map ist echt so rum bangen. Okay. Echt so? Voll kacke. Wow. Hä? Ja. Ja. Ja, ich... Ich bin ja hier schon. Nein, ich mein... Wie hast du den Punkt da drüben bekommen? Also... Du bist jetzt... Ah, da bist du. Okay. Du musst unten reinspringen. Unten reinspringen. Unter mir. Mach Vollspeed. Da ist ja so ein Pfeil. Du musst da unten reinspringen. Ach so. Ja, genau. Nein, nicht den. Geil. Oh, ich darf's. Hä? Leon, ich flieg immer viel zu weit. Dein Brems. Nein, kann ich nicht, weil da flieg ich zu wenig. Echt? Wow. Hä? Was ist das denn für'n A-Fuck? Also ich hab's für das Schwein. Ja, vielleicht hattest du ein bisschen Lack mit deiner Geschwindigkeit. Ja, glaub ich auch. Ich bin einfach von der Treppe, wo ich hochgefahren bin, durchgespeedelt. Ich hab's durch die Wand gepackt hier, aber ich bin doch... Gut. Ah, jetzt auf dem Warwick drauf. Ich bin jetzt da, wo man balancieren muss. Hallo. Oh. Oh. Uff. Man wird ja von alleine hochgefahren. Also man muss hochgefahren. Ey, nein. Nein, wie schlecht. Vor dir. Als ob. Wenn es das heißt, wenn es das heißt. Okay, ich hab den Punkt. Huh. Zack. Ach Leon, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Was? Ich kann schon wieder nicht wie spawnen und bug hier rum. Ich komm einfach nicht weg. Äh. Danke mehr. Bieter sehr. Und jetzt bitte aufpassen. Ja, was weiß ich, wenn ich vielleicht ein Map rumbug. Alter, ich bin auch schon mal runde frei. Ich glaub, das liegt auch am Auto. Könnte auch sein, aber ich glaub auch an der Map großteils. Kann vielleicht sein. Okay. Okay. So, jetzt spring ich da unten rein. Ach, scheiße. Äh. Ja, ich komm hinten. Oh, egal. Okay. So, jetzt bin ich hier drin. Ja, und brauchst du noch das zum Ziel, weil dann fahr ich jetzt einfach nur die Map erkunden. Äh, nicht mehr lange. Ich bin jetzt da bei World. Also, relativ. Geil. Ja, ja. Falsche Richtung. Du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Boah, dieser Bug explodiert ja richtig schnell. Bist du gestorben? Ja. Ich bin jetzt dabei. Ich bin jetzt bei World. Schaff ich wieder First Tribe? Easy. Hey, wo waren wir zwei Mal hintereinander von Stryker? Wie der Part heißt. Wie heißt der denn? Felix backt überall fest. SOS. Ich bin frei. Felix backt überall fest. SOS. Und ist dann wieder frei. Oh Gott, das war jetzt. Ja. Ja. Ich hab den Punkt gekriegt? Was? Als ob? Okay. Das sah bei mir nicht so aus. Welchen Punkt? Na, der Spirale. Okay. Och, ne. Ne, jetzt hab ich keinen Bock mehr auf die Map. Ich bin jetzt auch beim Ziel. Na, dann fahr rein. So, da. Jetzt bin ich da, wo du rumgebackt bist. Oh rein, der. Und ich pack schon wieder an einem Baum fest. Was ist denn ein Baum? Ja. Wenn du gleich die 30 Sekunden siehst, dann wirst du sehen, wie ich hier rumpacke. Wahrscheinlich siehst du es eh nicht. Mein Reifen packt jetzt zurück. Hallo. Ach da. Wie bist du denn der Reifen? Ich mach den Map nochmal, der Spass. Ja, und hier ist doch nur... Hä? Guck mal. Ich kann halt nichts machen. Hä? Na ja, ich weiß nicht warum. Warte, kann ich da durchfahren? Geh mal weg. Ich kann nichts machen, meine Reifen. Ich nicht. Eine Ewigkeit später. Hä? Guck mal, meine Reifen sind schon geplatzt. Guck mal, ich kann nichts machen. Okay, dann... Ich glaub, dann liegt es aber nicht an der Map, oder? Ja, an meinem Internet liegt es auch nicht. Hä? Jetzt bist du aber frei hier eigentlich. Ja, ich weiß, ich kann... Aber siehst du... Siehst du das wahre? Ja. Nee, tu ich nicht. Bei mir schon? Bei mir nicht. Bei mir gibst du so richtig Gas, Alter. Ja, ich auch. Aber ich... Aber ich bewege mich ja nicht vom Fleck, oder? Ja, genau. Das meine ich. Geil. Ich kann nichts machen. Tschüss. Warte, kann ich aussteigen? Nee, schade. Tschüss. Oh Gott, ich bin freigekommen. Ja, der Retter der Not ist wieder hier. Zack. So, Leute. Wenn euch die Folge hier gefallen hat... Mit... Mit... Mit Felix. Dann lasst dein Abos da. Und... Bitt deinen Daumen. Wäre ja auch ganz nice. Und da würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Outro